Ja, mach mal. Das wird auf jeden Fall gut. Das kriegen wir bis zum Rand voll. Schön aalglatt. So, Hexel, Hexel, wo ist er? Weiter geht's. Wo ist der Ladewagen? Steht da vorne. Okay. Ja, ein bisschen Material haben wir auch noch. Ich glaube, wir kriegen das gar nicht voll, das Silo. Da können wir nochmal so viel ernten und noch eine Wiese abnehmen. Wir haben auch mehr als Alex hat. Anton. Anton, echt. Boah. Ja, also wenn der dann nur 1.000, äh, eine Million Liter eingekriegt hat, dann hat der auf jeden Fall kleinere. Ich glaube, 1,2 oder so. Ja, und da haben wir ja schon deutlich mehr. Knapp über eine Mille war's. Und er hat ja auch kein Mais mehr draufstehen auf seinem Feld, ne? Ich würde sagen, wenn wir unser Mais hier runter haben, sind wir bei 1,8, denke ich. Ja, weil unsere sind breiter als denen seins. Ja, genau. Die sind genauso hoch, aber nicht so breit. Ja. Ich habe halt die extra großen genommen. Weiß ja, sinkt big, ne? Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Dann schon, dann schon. Ja. Alles andere ist nur Cracker-Kram. Damit gebe ich mich nicht ab. So, 31 Euro Lohnzahlung. Ach ja, ich hatte den Helfer ein paar Mal. Der war aber billig. Günstig. Billig ist was anderes. Der war auch billig. Das war einfach nicht die Uhrzeit. Weiß ja nicht, sehe ich da oben nicht mehr. Nach 22 Uhr. Ja, die Folgen laufen nicht nach 22 Uhr. Meinst du, wir sollten nochmal so extra Late-Night-Folgen aufnehmen? Jetzt geht's los. sind wir sonst schon mit? Vielleicht. Ja, die Christine. Ja, da sind's. Ja, da ist ein paar. Ich wollte mal. scheiß kante oben eine ebene fläche die junge tc tc was gehört ja habe ich habe oben eine ebene fläche wasser einwand frei gemacht dann wird das rein nur rein gekippt und immer wieder geschoben mit dem punkt geht nicht mehr muss wieso das nicht mehr also können wir nicht mehr verstellen muss ich verstehen oder ich auch nicht ist mir ein rätsel gerade habe ich hier irgendwas vergeigt wo war denn der tempomat hier hier ach ich weiß warum was hast du gemacht nee hä was ist denn nicht alter 12312 stärker schwächer und kreis aktivierung ich habe das aber hier auf meinem zeitkontrolle ist das was du geändert hast deswegen den hinteren nach beim schild hat damit nichts zu tun okay hätte sein können geht bei keinem fahrzeug mehr gerade vor hoch hoch herunter nicht festgestellt hast es eine große schreibung und rutschreiberwurte sowas im romat erhöhen aber jetzt jetzt weiß ich den fehler erhöhen hierhin und vermindern jetzt haben wir es ja das ist manchmal weil die taste so was wie ein raster hat hat das soll sonst ließ ich nie und weiß gott was habe ich keine anderen hobbys oder jetzt dachte ich will so färten der traktor los ja fett hinterher willst du den abwarten und tanken gleich oder dann brauche ich jetzt ja erst mal nicht da kommt das war ich bei dir parallel mit ja ja das hatte ich jetzt erwartet ja jetzt geht der tempomator wieder hoch und runter wie sich das gehört sachen passierende das ist ja unmöglich hätte ich jetzt gesagt ich bin voll aber es fehlen noch ungefähr dreieinhalb hier ist auch ein berg drin ich muss hier ein vorgewände fahren aber das schaffe ich schon weg na toll das hat sich ja gelohnt wieder was denn die bude ist auch noch fast voll welche bude hätte anhänger hier machen wir jetzt mal ganz voll mit dem vorgewände hier so muss das sein und dann ab in den überladewagen ich wollte gerade sagen wir nähern uns ja ganz langsam dem ende ist aber auch nicht unbedingt so noch sind wir noch vorbei ich glaube bis wir fertig sind ist das glas noch gewachsen glaube ich nicht apropos nachgewachsen da wo ich hier angesehen hatte weißt wo du dann schon aufgehangen bist und ich war auch noch drauf und hab noch aufhärtig angesehen ja dann ich war ich hab das noch nachgefüllt mit zwei big packs bin dann wieder aufs feld wollte fertig ansehen und der anfang von dem was ist das da oben 34 nein hier ähm moment 43 43 habe ich auch angesehen die war dann schon erntereif okay ich war noch gar nicht fertig mit ansehen richtig und dann war es schon erntereif an der einen stelle mit dem was ich zuerst angefangen hatte da habe ich mir auch gedacht so jetzt muss ich aber finger ziehen nicht dass ich mitten in der frucht stehen mit meinen reifen oh ja ja wie bei erste wachstumsstufe ist halt aber ne ja ja ist so ne sache ich hab auch gedacht so boah oha ja jetzt muss ich aber so nach dem motto ja so zwei drei quadratmeter haben wir hier noch stehen dann sind wir durch quadratmeter aber ist das auch unsere frucht das ist ja das ist übrigens das stück wo ich hier aus für sie reingefügt habe war nicht mit absicht wollte ich nicht zerstören ja ja Und du hast dann da Mais angesehnt? In dem Nachbarsgrundstück. Der ist nämlich grenzbeugreifende Grundstückserweiter. Ach so. Ja, ich glaube, das ist vertraglich auch so geregelt gewesen, ne? Da gibt's Verträge? Ja, sicher, sicher, sicher. Wir haben hier kein Land schwarz besetzt. Das ist alles offiziell abgesegnet und so. Bürgermeister persönlich war da. Wo ist denn der Asterlein? Ach, da, kommst du auch mal wieder, ja? Ja, ich hab mal einen Überladerwagen jetzt gerade gesucht. Ja, der steht hier hinten. Eingeklappt. Oh, angelegte Ohren, ha? Ja, ja, ich bin schon wieder da. Puste ich dir was rein. Wenn ich huste und puste, dann puste ich dich weg. Guck mal, ob er dich annimmt. Ignoriert er voll hier. Einfach weiterfahren. So, vielleicht klappt's ja... Naja, wieder falsche Richtung. Kann ich wieder nicht nebenher fahren. Ob das nochmal irgendwann klappt heute? Dass ich pünktlich bei dem ankomme, mit dem Überladewagen und direkt beim Fahren abbunkern kann? Nee. Das bedeutet nichts mehr. Ich find's grubelig, das ist unseres, ich glaub nicht. Was, was, was? Vor der vorderen Reifen, warm. Fett über die Zuckerrüben. Das ist ja nicht unsere. Höh, voll dran. Dafür verschenken wir da hinten Hackschnitt, äh, hier Häckselgut. Das bis aufs Nachbarsgrundstück liegt. Ist gleich wieder dümer für den, oder? Ja. Könnt er nicht schon wieder bremsen, hier wird's gleich wieder... Boah, eng. Gut, dass ich die nicht sehe. Und hier läuft er über den Zippenstreifen, ist der eigentlich besoffen? Das darf der gar nicht. Nein, das fällt in ein. Auf die Uhr gesagt, vor allem der Juni, Alter. Höh, höh. Einfach skrupulos umnieten. Durchfahrer, wenn's nichts ist. Eine Fliege auf meiner Scheibe. Oh, total. Okay. 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 Vielen Dank. Naja, jetzt dauert es hier wieder Jahre. Warum? Ist ja leise.